Oha, oha Erstmal in die Höhle runtergesprungen Creeper Jawohl, Creeper explodiert und reißt den Skeletor mit So muss das sein Kassau Oh, ich hab Kupfer Nice Und Zombie Kein Wasser Eisen Ist voll viel Nice Wir brauchen auch auf jeden Fall Diamanten Ohja Viele Diamanten Ohja Für eine kleine Quarry Oder für eine große Am besten Alles Ja Auch gesehen Man kann so eine Quarry machen Die dann selber durch die Minen oder durch die Erde durchfährt Okay, nice Oder was heißt Erde Sicherheits-Tunnel-Crab Das ist schön weiß Ja, in der Tat So 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 Boah Boah Diese Hurencreeper Alter Ja 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 Ich glaub Ich hör's nicht Bei einem Singleplayer Hatte ich echt Glück mit so einem scheiß Creeper Bin so gelaufen Okay Dann hab ich so links von mir irgendwas runterfallen hören Ja Dreh mich nach links Kommt da so ein scheiß Creeper Haha Ich hab mir gedacht Nein Diesmal nicht Nein Heute nicht Nein Ganz Oh Alter Was Ja Boah Alter Lol Von wo Urtefach Kommt der denn her Spinne Du Alter Ich bin recht tot Fuck Ich hab kein Essen mehr Komm mal zurück Loll Das ist ja noch tiefer Weil normalerweise Hab ich jetzt voll Bock da runter zu springen Aber ist zu gefährlich Ich hab zu viel dabei schon Mache ich jetzt nun nicht So Zinn Copper Eisen Also Kupfer Zinn Copper Copper Was haben wir da? Lead Ohr und Silber Ohr Sieht beides gleich aus Pack bei Natur einfach Hau mal das Essen rein Ja Ja genau So war das gedacht Okay Ach ne ich hab jetzt wieder volles Leben Dann kann ich ja ohne Hunger zu haben Dann kann ich ja Dann kann ich noch ein bisschen bleiben Dann Ja Boah da ist voll viel Uran Echt jetzt Ja Reif Auf Wir schauen Skeleton Zombie Oh Koppeln 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 Dann kann ich nach Das stimmt Na Ich bin Echt Koppeln So Was 18 die höhle ist richtig groß aber auch ziemlich viele jetzt ist eigentlich schon zu spät das ist doch ein schönes bild so jetzt komme ich zurück jetzt wird sie mir zu geil wie sieht das denn aus bitte wie macht man den screenshot in minecraft ich habe f2 gedrückt das weiß ich nicht okay kein fraps an doch aber das packt irgendwie um auch ist es dunkel draußen oder was ja aber ich will nicht bin ich weit kann ich kann ich werde verfolgt ich brauche vielleicht deine hilfe warum oder auch nicht oder nachdem ich glaube unsere hüte ist kein zombie dann will ich kannst du so fahren ey es passt schon alles coole so dann mal schlafen warte ich will kurz noch was reinhauen ok nice so wieder blumbatsch ich mal pfeile rein ich habe ich habe sagt 4 wo stoffe waren das jetzt so kohle und so gedacht weil ich habe jetzt hier drüben ja und eisen ja alles gut dann gehe ich mal auf kreis tippen was immer patrice tippen hast du dann muss ich ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe die wochen und wirst du denn so dunkel bist du etwa im öel rumgelaufen was wie machen wir das wie machen wir das wie es ist wie ist es ja das geht lol hier gibt es auch noch mehr hirn hier gibt es auch noch mehr hülle okay das ist ein bisschen und das ist ein zombie naja zombie alles klar so ist ganz nett aus wir nutzen mal die knochen hat bester typ habe ich gesagt ach so ja man so ist nicht der bizeps zählt sondern der knochen in der zart hat mich aus diesen fax sieht werden so komische sträuche und haben spaß ich ging